Hallo mein Lieben, kommt zu einem Abend mit dir. Ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich und Aileen gebaut haben. Und das ist jetzt schon der zweite Teil. Und ja, jetzt geht's los. Als erstes fange ich bei Aileen an. Aber nicht dran, komm Aileen. Aileen hat ja so ein Hamburger gebaut. Aileen, erzähl mal. Also ich hab, das ist die Burgerschicht, Käseschicht, Fleischschicht, Ketchup und nochmal Burgerschicht. Und hier sind die Kärntchen und hier ist eine coole Cola. Und jetzt gucken wir uns mal die Inneneinrichtung an. Ich hab nicht so viel gebaut. Wo ist das? Achso, hier. Auf jeden Fall, das sieht sehr schön aus mit Fernseher. Ähm, und so ein blauer Bett. Jetzt gehen wir mal zu mir. Die Cola ist auch richtig gut geworden. Ich hab nicht gehofft, dass es so schön wird. Hier ist meine Cola. Die ist aber braun. Cola ist braun und schwarz. Und da ist der Trinkheim, der ist auch richtig gut geworden, oder? Findest du den gut? Ja. Oder ist er noch der Lieb? Hier ist meine Pizza. Und da sind viel eigentlich. Und hier kann man schon rein sitzen. Ich hab da grad auch nicht so viel gebaut. Und da eigentlich weiß ich selbst auch nicht, was da alles erwartet. Hier ist Licht drunter. Hier sind Waschbecken, rote Betten, blauer Teppich. Eigentlich da nichts Interessantes außer Wolle und so. Und ja, hier ist eigentlich auch nur sowas. Und ja. Jetzt könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, welches ihr am besten findet. Meins oder Eileen, ihrs? Schreibt es in die Kommentare. Und tschüss. Da, auf das Rote.